In kleine Stückchen, weil ich es hasse. So, so, so. Erstmal die Wut auslassen. So, bam, 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 bam. So. Sieht schon besser aus. Und hier mache ich auch nochmal zwei hin. So. Dann haben wir eh bald schon alle Wege hier umpflastert. Dann sieht das hier echt schon Schmuck aus, ne? So kann man das natürlich dann anbieten irgendwann mal. Dann haben wir hier ein schönes NPC-Dorf. Ist da überhaupt Wasser drin? Ja. Aber das ist ein Wallblock. Jo. Nicht, dass die Assis hier Obsidian verbauen. Das würde ich mal Verschwendung nennen. So, den Weg dahinter, den mache ich irgendwann mal. Vor allem die lassen hier mal die Türe offen. So bist du weiß angezogen, hä? Und hier alle braun. Äh, huch. Das werden ja auch immer mehr. Äh, Hilfe. Äh, Hilfe. Die Invasion. Äh, das... Leute, wenn ihr schon was baut hier, dann bitte richtig. Das muss so aussehen. Hier wächst Gras, ohne Wiese zu sein. So. So, und Geronimo. In den persönlichen Pool hinein. Dann haben wir das auch mal soweit. Ein bisschen hübscher gemacht. Dann kann man das NPC-Dorf auch endlich mal anbieten. Ohne, dass man hier gleich tausend Todes stirbt, wenn man hier durchgeht. Verflucht, wo ist mein Brot? Wo ist Bernd? So, ich hab Bernd gegessen. Bernd schmeckte gut. Für alle, die es wissen wollten. So. Dann lade ich mir natürlich die Ziegel hier rein. Aber sämtliche. So. Habe ich noch hier irgendwo? Nö. Wird's denn schon wieder dunkel? Ihr wollt mich doch. Aber so richtig verarschen, ne? Kaum baut man hier ein bisschen, ist auch hier schon wieder die Zeit vorbei. Dann ist auch schon wieder dunkel und so. So. Aber jetzt baue ich hier ungestört dann los. Nehme da eine Glasscheibe noch mit. Und dann, auf geht's. Baue ich noch ein bisschen Häuschen. Wird sicherlich auch schick. Okay, ich dürfte mal anfangen, meine Gebäude fertig zu machen, bevor ich die nächsten anfange. So. Die packe ich so rein. So. Dürfte ich mir echt mal angewöhnen. Aber ich will halt, äh, ein bisschen was hingebaut kriegen. Weil dann kriegt man ein paar mehr Ideen. Weil oft herrscht ja die Ratlosigkeit. Wenn noch nichts steht, herrscht die Ratlosigkeit. Ja, was baue ich denn jetzt? Und dann baue ich lieber ein paar Projekte schon mal an. Und dann kommt mir eher die Idee, was ich jetzt machen könnte. Wie jetzt das zum Beispiel mit den Wegen. Das fiel mir einfach jetzt so ein, weil ich jetzt den anderen Weg schon gebaut hab. Oh, ich könnte ja die Wege vom NPC-Dorf auch machen. Dass die genauso aussehen. Und das ist eigentlich ein guter Trick. Einfach mal irgendwo welche Gebäude setzen. Und dann wird's zum Selbstläufer, meines Erachtens. Dann geht das schon mal ein bisschen fluxer hier. So, dann muss ich hier hin. Und hier, hier. So, genau. So. Aber hier hat zwar eine leichte Unsymmetrie, aber puh. Und hier kommt auch so ein Block hier rein. Hier ums Eck kommt kein Fenster. So. Und gleich nochmal Monkey Island. Was geht denn hier ab? So. Dann mach ich hier ein riesiges Fenster, hä? Oder wird das ein Treppenaufgang hier? Pfff. Hm. Zumindest das Stück hier. Könnte ein Treppenaufgang werden. So. Hier kommen dann Treppen hoch. Man muss hier so ein Mäuerchen hin. Würde ich jetzt mal behaupten. so, Treppen hoch hier. Dann rein. In die Spelunke. Ich weiß jetzt sogar schon, was das für ein Gebäude wird. Ist das geil. Das ist echt selten, dass ich so früh schon weiß, was es werden soll. So. Hängt jetzt nur das eine Lied? Achso, das ist länger. Das dachte ich schon, weil es immer von vorne so sich anhört, dass es immer wieder von vorne anfängt. Dass hier irgendwo ein Fehler im System ist. Aber hier ist definitiv ein Fehler im System, weil das Lied kann man sich nicht antun. So. Dann muss ich eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf, die Mitte ist sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Mitte. So. Dann kommt hier nochmal so ein Dreiersteg rein. Dann müsste es hier rein theoretisch auch sechs sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Fackeln. Da fackeln wir natürlich nicht lange. So, so. Hier muss das Mäuerchen noch ein bisschen raus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, sieht besser aus. Da bin ich ohne Fackeln unterwegs. Na super. Toll. So, dann mache ich hier mal die Glasscheibe. so, 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 so. So. Habe ich hier schon mal ein Fenster reingezogen. Wenn hier mal Minecraft aufhört zu ruckeln, wäre ich sehr dankbar. So, dann machen wir das Fenster fertig. Na, hohe Konzentration, ey. Das ist gar nicht so einfach. Das ist einfach so zu setzen hier. Weil die Glasscheiben doch recht dünn sind. So, so. So, so. So, so. So, so. 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 Oh. Ich habe keine Glasscheiben mehr. So, dann muss ich hier noch eine Reihe rüberziehen. Dann sieht das hoffentlich noch was aus. So. Dann muss ich, hoppala, den wieder weg machen dann. Weil sonst sieht es behindert aus. So. Habe ich noch Ideen? Ah, ich bin so glücklich gerade. Obwohl ich jetzt schon zwei Stunden aufnehme. Habe ich jetzt Ideen, die jetzt, keine Ahnung, noch eine Stunde dauern könnten. Das ist irgendwo doof gerade. Bis nächstes Mal habe ich die vergessen. Deswegen würde ich die jetzt konsequent, glaube ich, durchziehen. Und ich würde mich ärgern, wenn ich es dann doch nicht so umsetze. Glaube ich zumindest, dass ich mich dann ärgern würde. So. Dann brauche ich... Habe ich Holz? Ja, habe ich. Juhu. Kommt... Dann habe ich hier eine Dreierhöhe. Die Decke kommt noch nicht. Sondern... Aua. So. Eins... Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, furchtzehn. Furchtzehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Blöd. 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 So. Zwei wären auch zu wenig. So. Probieren wir es mit drei Abstand. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Zack. Eins, zwei. Ah. Sips. Es... Ich verzweifle hier gleich. So. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Juhu. Es hat funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Geht jetzt da die Sonne unter? Achso, ich bin... ...verwirrt. Gut.